Hallo liebe Zuschauer, heute möchte ich ein paar Sätze über den Begriff Kultur und Sprache sagen. Warum bin ich hierzu prädestiniert? Naja, ich wohne in der Kulturhauptstadt 2025 Chemnitz. Noch nichts davon gehört? Sorgen Sie sich nicht drum. Laut aktuellen Umfragen geht es Ihnen wie den meisten Chemnitzern. Einer der meistgenannten Begriffe im Zusammenhang mit dem Kulturereignis 2025 ist der Begriff Purple Pass. Vielleicht ergeht es Ihnen so wie mir. Geht das nicht auch Deutsch? Was heißt dies übersetzt? Der Google-Übersetzer sagt Ihnen dann lila Pfad. Ach so, werden Sie denken, das ist wohl eine englische Veranstaltung. Nein, weit gefehlt. Eine Kulturveranstaltung im Land von Goethe. Warum kann man nicht einfach sagen lila Pfad? Naja, werden Sie sagen, weil es doch international ist und jeder soll das verstehen. Und ich sage Ihnen, wo ist denn da bitte unser Selbstbewusstsein? Kein Amerikaner würde sagen lila Pfad, nur weil ein paar Ausländer kommen. Kein Franzose würde überhaupt daran denken, nicht Chemin-Violet zu sagen. Aber im Land von Goethe hat man Angst, die eigene Sprache zu benutzen. Ich möchte ein Beispiel bezüglich Wörter und Internationalität aufzeigen. Beruflich bin ich in der ganzen Welt herumgekommen. Von Detroit bis Shanghai, überall wo Autos entwickelt werden. Ein deutsches Wort begegnete mir da andauernd. Hier zeigt sich, es geht um Inhalte, nicht um sprachliche Verrenkungen. In der ganzen Welt wird ein Kindergarten mit dem deutschen Wort Kindergarten bezeichnet. Das, was das Wort beschreibt, der Inhalt, wurde aus Deutschland inklusive der Bezeichnung übernommen. Und hierfür ist es nicht notwendig, in Deutschland einen Kindergarten als Children's Garden zu bezeichnen. Und deshalb wäre es doch schön gewesen, wenn die hoffentlich vielen Besucher 2025 nach Hause fahren und zwei neue deutsche Worte gelernt hätten. Lila Pfad Lila Pfad Lila Pfad Lila Pfad Lila Pfad Lila Pfad